Hallo, zu einer weiteren Runde Spielen mit Würmern. Mit unserem lustigen Haufen, der hier Laber Laber macht, ja, und stirbt. Wir haben alle einen Wurmstich, wir haben alle einen Wurmstich, gell? Wir spielen Don't Starve, äh, Don't Die, äh, ja. Was? Was? Was sagst du hier? Was? Hast du ein Problem? Hast du mir was zu sagen? Sprich zu der Hand. Sprich zu dem Schaf. Bin ich hoch, dann hau ich den Schaf. Da. Ins Gesicht, nein, ins Gesicht, nein, ins Gesicht. Autsch, ich hab... Okay. Ja, der Hand. Da kommst denn du. Du, 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 du. Äh, okay. Du meinst, spinnst du eigentlich. Haben sie gerade ein paar Hirnzellen bei dir verabschiedet? Oh! Hirnzellen? Nein! Oh, toll! Was hat sich verabschiedet? So ein Schwein. Hirnzellen? Siehst du das? Kann man das essen? Die Mine. Was machst du da für ein Hübschspiel? Er versucht, die Mine zu aktivieren. Ich will da hoch. Namaste. Wie wär's mit Seil benutzen? Ja, du hast doch ein Seil. Wie wär's mit einem Abseilen? Da ist drauf. Okay. Ich glaub's nicht, dass das noch funktioniert. Ja, dachte ich jetzt auch nicht, aber... Eine Verzweiflungsaktion noch. Ich bin ein Pro. Watt Everest. Ja, mit dem Wayne Train. Mit dem Wayne Train. Sag mir, I'm Pro. Zu Mount Everest. Mount whateverest. Mount whateverest. Ja, einfach. Mount whatever. Wayne Train zu Mount whateverest. Was ist denn der K2? Ka2. Ka2? Keine Ahnung, 2. Dein Wo... Äh, bist du... In Ideen los! Schaaf, go! Na, die erschafft's. Oh, Mann! Hat nicht funktioniert! Doch, perfekt! Du hast mich betrogen! Das hat ja perfekt funktioniert! Du hast ihnen mehr Schade gemacht als dir! Wieso? Ich bin tot! Ja, aber sie haben gesamt mehr Schade genommen als die. Packst du nur, weil du nichts abbekommen hast! Ich hab mich schon selbst gesprengt. Fast. Selbst sprengen soll geübt sein. Nein! Ja, da oben mach ich irgendwie ein bisschen mehr Schaden. Wie ich das sehe. Nein. Oink oink, ja. Oink oink, ja. Oh, nee! Oh, nee, was? Oh, nee, was? Kein Dynamit, nix, nah, was? Oh, nee, was? War das nicht dein Lieblingslehrmittel? Ja, das französische Lehrmittel. Was machst du? In your face! Ich bin immer noch Mitglied der Facebook-Gruppe. Oniwa hat mein Leben zerstört. Oniwa hat mein Leben zerstört. Hat sehr viele Mitglieder. Ich hab eine Kerze für dich übrig. Das wird sehr gut ausgehen. Oh, nein! Ja! Ha, 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 ha! Nein! Wieso? Die Hightech-Se Fluchtplanung. Alle tot, alle tot. Ich nehm euch ein. Jep. Nee. Du hast es überlebt. Oh, toll. Hockt er einsam auf seinem Thron. Oh, ja. Auf dem eisernen Thron. Der Winter naht. Ja, in ein paar Monaten wieder. Mhm, April. Ja, April, April. Ich war gerade zu blöd, zu rechnen, wie viele Monate das sind. Es tut mir ja wirklich leid, aber... Du musst dir nicht leid tun. Jetzt noch nicht. Die Intelligenz ist nicht jedem geschenkt. Hey! Hey! Let's do it! Wow! Okay. Ich hab gerade was... Aus einem fliegenden Affen bekommen. Nee. Propos Affe, hinter dir ein Dreiköpfiger Affe. Funktioniert das ja? Ach, mies. Tipp ihn an! Tipp ihn an! Natürlich! Ah, Schweinerei! Das ist so geil. Wenn's funktioniert, ist es noch viel besser. Blub, 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 blub. Nein! Oh nein! Oh nein! Brotoch! Okay. Go for the sale! Oh-oh. Okay. Ha! Ähm... Okay. Will ich jetzt wissen, wie das Ding funktioniert? Hä? An den Flammenwerfen, oder was? Geht ja! Ups. Hat er funktioniert? Du hast einen noch reingepackt. Nein! Nein! Er hat noch zwei Leben! Ich wusste es! Nein! Spül ihn runter. Ja, das kannst du! Kletter über ihn! Was machst du? Das klappt! Das klappt! Über ihn treten! Einmal kräftig reintreten! Jetzt nochmal... Ah, perfekt! Das kann nicht schief gehen! Einfach platzieren! Wasser, Wasser! Hä? Äh, du flüchtest nach rechts? Das ist nicht so intelligent! Okay. Egal, egal! Ja! Okay! Es wäre egal gewesen! Ja! Okay! Die Druckwelle hat dich natürlich ins Wasser befördert! Wie lange hast du jetzt doch gehabt? Hm! Lang! Du hast aber einen Zweierwurm! Zweiierwurm! Wo? Wo? Oh, nie! Tödelig! Nein! Ich will mal den Mörser probieren. Ich kann mit dem Teil sowieso nicht umgehen. Oh. Nein. Ja, genau. Ja, toll, ich habe mich selbst. Nein. Du weisst, dass du das Ding noch schwenken kannst nach dem ersten Schuss, oder? Ach so, nein. Wäre vielleicht hilfreich gewesen, wenn du das auf deinem Wurm landest. Ja, wäre es. Okay, haben wir das auch mal getestet? Nein. Sehr gut. Ach, schade. Mist. Du fatter Wurm, du. Steck dir doch deinen Finger sonst wo hin. Fettwand. Hä? Oh nein. Versuch mal den Mörser. Versuch mal den Mörser. Ja, genau. Gar nicht schlecht. Oh oh. Ja, das funktioniert. Das funktioniert. Nice. Das Teil ist echt noch geil. Ja, ist es. Wenn man weiss, wird es noch besser. Ja, das muss ich das nächste Mal. Nein, nicht Feuer. Genau wegen dem. Oh man. Das nächste Mal muss ich das Teil nochmals testen. Das ist echt cool. Das war ein dezenter Luckshot. Egal. Und vorher ein Pechshot. Nee, das war auch ein Luckshot. Er hat nur mit Glück Gesicht gebrochen. Das war ein krass. Nee. 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 zwischen zwischen die beiden geballert ich stehe immer noch da oben ich stehe da wo die 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 halle ich habe den geschenk gelassen Ich hab mich nicht mal getroffen und ich bin fast zu... Das war aber spassig. Das war aber nicht so geplant. Doch, war alles komplett so geplant. Everything. Everything. Bin dann mal weg. Tschüss. Jetzt kommt da noch der Fette runter. Verdammt, ich bin runtergefallen, das war nicht so gut. Aber du hast es ja überlebt und hast keinen Schaden gekriegt. Nein. Nein, schneller. Nicht schon wieder eine Granate, der Heilige. Oh, sehr gut. Nein. Nein. Lass das. Oh. 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 Ja. Hallo. Ähm. Hallo. Ah da. Oh. Es war eine verzögerte Heilige Granate. Oh. Ja, viel hast du auch nicht mehr. Strebe noch! Booyah. Nein. Nein, was? Nein. 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 Ich segne dieses Schaf. Wieso? Du wolltest dein Ziel finden. Aber ich habe immer noch einen. Nein. 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 Fettschaf. Ich wollte dich ins Wasser sprengen, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe ein Fettschaf. Ich habe es ja befürchtet. Ich habe ein Fettschaf. Ich habe ein Fettschaf. Ich habe ein Fettschaf. Mach das wenigstens mit Stil. Stil! Sagen. Are you there? Das Todessschaf. Harsh. Ja, das ist das Todesschaf. Okay. Okay. Ja. Das war scharf. Ein excisterium. Nossa vorne wissen Sie. Okay, und fertig, wir machen jetzt Schluss, tschöö.